Guck mal, hast du sowas schon mal getrieben? Und was schmeckt? Ist kein Mais? Nein. Du musst die Perspektive wechseln, denn meine abendlichen Naschis habe ich aus diesem genialen Buch das möchte ich dir an dieser Stelle echt ans Herz legen, weil da hat sich meine Perspektive so aufs Essen zu blicken sehr gewandelt. Kam mir sehr entgegen, weil ich gerade so figurtechnisch einiges auf der Piste gelassen habe. Und also Lupine, Leute, Lupine ist der Hammer. Holt euch das Buch und überhaupt, was da noch alles an Challenge und so weiter dran hängt, was ihr da für Kontakte kriegt und und und. Eine ganz tolle Perspektive ist das. Wir sehen uns morgen. Ach, übrigens, die Paragraphen Sylvia aus Hennepf ist das hier, die Lupinen-Mampf. No? Tschüss!